Guten Morgen und herzlich willkommen zum täglichen Reading. Wir verwenden heute wieder, so wie immer, das Doreen Virtue Engeldeck und wir schauen mal, was den Tag so gelingt. Heute ist der 25.07.2021. Und da haben wir sie schon, die vierte Emotion, Four of Cups. Das ist eine Karte der Wasserenergie, das heißt Krebs, Skorpionen und Fische. Und hier steht, es gibt wundervolle Menschen, die dir helfen wollen. Gelegenheiten werden dir angeboten, doch du bemerkst oder vertraust diesen Geschenken nicht, die der Himmel dir gewährt. Schau dich um. Tagträumerei oder nach innen zu gehen ist eine optimale Art, Klarheit zu erlangen, solange du deinen Träumen auch Taten folgen lässt. Okay, hier geht es darum, dass wir gewisse Angebote und Optionen, die uns geboten werden, nicht wirklich sehen oder wahrnehmen. Vielleicht sollten wir das ein oder andere Angebot, das wir vielleicht schon abgelehnt haben, noch einmal überprüfen. Es zwingt einen ja niemand, es dann anzunehmen, aber es zumindest noch einmal unter die Lupe zu nehmen und zu überprüfen, könnte ein Weg sein, um hier Klarheit zu schaffen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss!